Es ist sehr schwer. Es sind zwar Hilfen versprochen vom Staat und wahrscheinlich werden sie auch kommen. Aber im Moment ist die Situation so, wir stehen da, wir verkaufen ein bisschen to go. Aber das deckt natürlich nicht die Kosten und die Existenz steht auf dem Spiel. Ganz einfache Sache. Und das ist doch alles. Aber die Zeit waren wir weg. Ja, das ist die Frage.